Und dann war Sophia eher so, sie schaute nur, habe ich hier die beiden? Ja, das ist ja lustig. Das kann ja nicht sein, dass sie sich kennen, weil eigentlich kennen sie sich ja seit der Geburt schon. Malen ist viel besser beweglich, weil sie so tun ist, sie kann sich schon so drehen. Sophia kann sich nur um die Achse. Was sagt ihr da? Du, die wird bald krabbeln, die macht schon diese richtige Bewegung, ja? Ja, der Nuki, oh nicht, sag ich der Nuki, der Ball, der Ball ist da. Ich hörte dieses, wie schnarchen, und nachts ist es dann stark. Und Kopfgneiss kommt wieder zurück, das war ja schon weg, und dann merkst du, dass es ein bisschen wieder da ist. Ja, den Ball findet sie auch toll, das ist von unserem Nachbarn auch. Weil, der kann man so gut greifen, und... Ja, wir haben auch einen, aber den fand sie noch nie so spannend, das ist der... Weil, siehst du, der ist so weich und so, und auch noch so aus Gumi. Ja! Ja, wo bist du denn, du? Sind wir bei Sophia zu Besuch? Ja? Ja, rückwärts geht's, gell? Du, die kann aber schon fast richtig krabbeln. Also, rückwärts, also rückwärts, aber sie kriegt die Hand noch nicht nach vorne, gell? Also, das war's noch nicht verstanden. Sophia kann diese Bewegung noch nicht, also sie macht nur Po hoch, Ja. Aber dann passiert auch nichts, also, die macht nicht dieses, auch die Knie abstürzen. Aber das wird sie bald machen, jetzt ist was. Uh, so. Jetzt mach ich aus, weil ich dann dieses Videos nicht mehr poste.